Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Vorstellungsvideo. Ja, ihr habt es im Titel bestimmt gelesen, der hier Two Season Pass ist draußen. Ihr könnt ihn euch kaufen und wir kriegen auch direkt zum Kauf volle Kanone Bonus. Ihr denkt jetzt bestimmt, oh diesen kleinen roten Bulldog, den habe ich bestimmt schon mal gesehen, aber in grün. Ja, das ist richtig, ich habe den nämlich doppelt gekauft. Und zwar kam der damals 99 Cent DLC zum Plitanium Add-on mit raus. Habe ich direkt gekauft, ne. Und jetzt bekommt ihr den nochmal, oder beziehungsweise ihr bekommt den nicht nochmal, wenn ihr euch gekauft habt, aber ihr bekommt den theoretisch auch. Wenn ihr euch den Year Two Season Pass kauft, dann bekommt ihr den kleinen roten Bulldog und diesen großen gelben Radlader. Das schauen wir uns auch beides im Shop einmal als erstes an und danach sprechen wir noch über den Season Pass lang und breit. Wir haben einmal den Traktor, das ist der Volvo Krapat T425 Krapat. Oder ihr könnt den auch als Bläunder Mundtel, Bläunder Mundtel, 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 dämlicher Name, Alter, kaufen. Dann habt ihr halt da dieses BM und nicht das Volvo Zeichen, beziehungsweise wie gesagt grün und rot und mit und ohne Kennzeichen. An sich haben wir uns den ja schon angeschaut im Plitanium-Expansions-Vorstellungs-Add-on-Video. Da haben wir uns den ja schon angeschaut. Und ganz neu der Radlader der BMW bzw. BMW Volvo LM845. Das ist ein schöner großer Radlader eigentlich. Ein richtig geiles Stück. Gibt es mit verschiedenen Reifen und mit und ohne Rundumleuchte. Und ja, es ist der erste Oldtimer, Youngtimer, wie auch immer ist für mich dasselbe Radlader in der Geschichte des Landwirtschaftssimulators. Finde ich richtig auch geil, dass wir das jetzt auch bekommen. Und ich finde es auch saugeil, dass wir so ältere Sachen... Ich bin, was das echte Leben angeht, echt kein großer Fan von Young- und Oldtimer. Ich schaue es mir gerne an, aber haben wollen tue ich es eigentlich nicht so gern. Aber im LS gefällt mir das echt gut. Immer diese Kombination auf dem Hof. Ob ich jetzt hier einen W190 oder den L220 habe und nebendran den LM845. Das ist so geil einfach. Das macht das Spiel einfach aus, dass du machen kannst, was du willst. Jetzt alt und neu kombinieren, freue ich mich richtig, dass wir jetzt einen alten Radlader haben. Genau. Das zu den Maschinen. Den haben wir uns ja schon mal genauer angeschaut. Ist geil, oder? Kennen wir aber schon. Und jetzt hier noch der Radlader. Und da, wie muss ich einfach sagen, dieser markante grüne Volvo-Motor sieht man natürlich überall. In den großen Radladern, in den LKWs, überall dieser geile grüne Motor. Von innen einfach ein Radlader, na. Hier schön mit der Dreihebel-Funktion. Das ist auch krank, Alter. Ähm, der dritte Hebel ist dann, wenn ihr ne Zwickschaufel oder sowas vorne dran habt. Dann haben wir hier Vorwärts-Rückwärts-Gang, alle Hebel, ähm, äh, animiert. Und, ja, das ist ein richtig geiles Ding. Auch hier die Hydraulikzylinder, wie der da hinten neben dem Reifen sich noch bewegt. Ich finde den richtig, richtig guten und gelungenen Radlader. Sauntechnisch ist er, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts so Besonderes. Aber trotzdem, man sehe ich, ein richtig geiler Radlader. Ja, das war's eigentlich zu den Bonus-Fahrzeugen. Jetzt trinken wir kurz einen Schluck und dann gehen wir den Season Pass anschauen. Ah, köstlich. Also, der Season Pass. Fangen wir mal erstmal an. Für alle, die sich den Season Pass nicht kaufen möchten, aus welchen Gründen auch immer, aber trotzdem einen Radlader haben möchten, die können diesen, äh, Volvo Bundle Bonus-Pack für 1,49 Euro auch extra kaufen. Da ist einmal der kleine, rote Volvo Bulldog mit drin und einmal der große, gelbe Radlader für 1,49 Euro. Oder ihr bekauft es für 40 Euro und bekommt alle 5 DLCs, die wir nächstes Jahr bekommen, äh, kostenlos sozusagen. Also, für 40 Euro. Und zwar spart ihr mit dem, äh, DLC insgesamt 30%. Also, wirklich 30%, wenn ihr die, äh, einzeln kaufen würdet, alle 5 einzeln kauft, zahlt ihr 30% mehr. Ähm, wenn ihr jetzt, der sich kauft, spart ihr natürlich 30%. Genau, ansonsten, Pack 1 kommt Anfang 23, also im ersten Quartal. Ähm, Pack 2 Mitte, das wäre das zweite Quartal. Pack 3, ähm, ebenfalls Mitte, das müsste, äh, dann... Genau, das ist Bonus-Pack. Ähm, und Pack 4 kommt, das wäre das dann auch nochmal Mitte, Quartal. Äh, äh, erstes, zweites, drittes Quartal, äh, zweites Quartal. Digga, ne, bin ich jetzt dumm. Wie viele Quartals gibt's denn? Vier, ne? Ist ja eigentlich auch scheißegal, oder? Dieses Quartal, ich verstehe nicht mal, was Quartal ist und dann benutze ich dieses Wort. Also, Pack 1 kommt Anfang 23, Pack 2 und Pack 3 kommt Mitte 23, Pack 4 und die große Expansion kommt Ende 23 und den Bonus, den BM Volvo und den LM Volvo kriegen wir direkt. Also ihr kauft das und bekommt die zwei direkt. Das sind die zwei Oldtimer, die ich euch gerade gezeigt habe. Genau, jetzt können wir uns das Bild noch bestimmt irgendwie groß anzeigen. Ja, schauen wir mal, ob ich das schaff. Oder ob ich das nicht schaff. Ne, ich schaff's nicht. Geht jetzt auch viel schneller nicht, Alter. Wir müssen wieder alles vorbereiten, hätte. Also gut. Gucken wir mal, spekulieren wir mal ein bisschen. Pack 1 ist ja klar, ist ein Maispflanzehund, ein Rundballen, take bailing a step future. Oder heißt es fruter, fruter, future, hab ich immer gedacht. Ich kann, ich bessere, ich kann genauso gut Englisch wie der Drachenlaut, Alter. Also auf jeden Fall Maisballen. Ich hab zwei Theorien, und zwar entweder Maisballen im Sinne von, äh, Silageballen, so wie die Göweil. Also Göweil LT Master, Göweil DLC zum Beispiel. Könnte sein. Oder Maisstroh. Gibt's ja auch. Aber, ich hab nur mal so überflogen, ich hab einfach Maisballen gegoogelt, dann wurde, äh, Göweil und Maisstroh angezeigt. Aber ich habe, ich hab keine Maisstrohballenpresse gesehen, oder kein Video oder Bild, wo eine normale Ballenpresse über Maisstroh fährt, ja generell irgendeine Ballenpresse. Maisstroh wird ja im Grunde auch nur gehäckselt. Ähm, und zwar, beim Körnermaisdreschen, ähm, wird, wie beim Weizen- oder Gerstedreschen, das Stroh einfach in Schwad abgelegt. Und danach kommt der Häcksler und häckselt es halt. Ähm, aber ich hab das noch nicht gesehen, dass das in normale direkt Ballen gepresst wird. Ich stell mir's doch schwierig vor, äh, weil dieses Mais ist ja so klebriger Scheiß, es ist feucht und es ist, glaub ich, nicht so geil für eine Presse. Deswegen denke ich, dass es in Richtung Göweil-Maisballen geht. Es gibt natürlich verschiedene, ähm, warte, ich suche ich da mal schnell was raus. Moment. Maisballenpresse. Da gibt's zwei, zwei Dinger. Wenn du das googelt, siehst du natürlich direkt die Göweil. Also ich denk auch ziemlich sicher, dass es die Göweil ist. Weil, äh, weiß man nicht. Aber dann gibt's auch noch dieses Ding hier, wo du am Häcksel nebenher fährst. Kann auch sein. Vielleicht kriegen wir auch so ein Ding. Aber die Göweil wäre halt schon ultra geil. Also wirklich, die gab's ja, glaub ich, im LS19 oder war's im LS17? Hier ist das, äh, Bild da, hier, äh, steht hier nichts, ne? M-m-m-m, 17 war's sogar. Im LS17 gab's, war die ja Mod-Contest-Gewinner, die Göweil-LT-Master. Und wär schon geil, wenn wir die, ähm, die Marke Göweil in Hauptaugenmerk auf die Maisballenpresse, ähm, dann bekommen würden. Ich sag mal so, äh, Göweil baut ja auch normale Ballenpressen. Die baut Ballentransportgeräte, also Göweil. Können ja mal schnell gucken. Äh, Göweil. Göweil, die bauen ja mehr als nur die Göweil-LT-Master, die bauen hier Presswickelkombis, äh, normale Rundballenpressen, Ballentransportdinger, das ist sogar LS hier, äh, Transportmulden, hier diese Silageballenspieße, Wickler für die 3-Punkte. Also, Göweil ist ja eine relativ große Marke und halt, äh, hauptsächlich im Bereich Ballentechnik unterwegs, äh, Ballentechnik, Silage-Technik. Und da bietet sich ja einiges an, also so ein 10-Euro-DLC mit einer Presswickelkombi, einer normalen Presse, einer LT-Master und vielleicht ein, zwei Frontlader, äh, Dingern. Das, das sehe ich irgendwie. Okay, das war Pack 1, Vermutung, Göweil, Vermutung, äh, Mais, äh, Ballen, genau. Pack 2, Machines to Rule the Mountains, äh, heißt so viel wie Maschinen, die dem Berg die Regeln zeigen oder die Regeln des Bergs brechen, irgendwie so in die Richtung. Persönliche Vermutung, ich hau's raus, ich sag's so, wie ich's mir gedacht hab in meinem Kopf drin, Steier. Wir haben keinen einzigen Steier mehr im Spiel, außer den, äh, 70 irgendwas, diesen alten Steier. Ich werd's mal nachgoogeln, weil ich keine Ahnung hab, ich bin im Steier-Thema nicht so drin. Äh. Ich bin im Steier-Thema nicht so drin, was, ob die irgendwie eine neue Generation haben oder so. Dass man einfach sagt, okay, die kommen jetzt wie die Waldrast zum Beispiel. Ich hab keine Ahnung, was bei Steier so der aktuelle Stand ist. Ich hab jetzt das Bild hier gefunden, neue Generation. Ich denk jetzt nicht, dass wir das da bekommen. Glaub ich jetzt ganz ehrlich nicht. Falls doch, äh, okay. Aber ich weiß jetzt, ich sag's ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie's bei Steier ausschaut. Oder wir da irgendwelche neuen Generationen haben oder so. Ich denk, glaub halt, dass das die neueste Generation ist. Aber dass wir zum Beispiel den Multi, den Profi, den Terrus und nen CVD, oder wie die heißen, CVD, na, Steier-CVT heißen die, glaub ich. Dass wir sowas einfach wieder bekommen. Das wär richtig geil. Und dann gibt's ja noch, es wird so ähnlich wahrscheinlich aussehen wie damals das Alpin-DLC, irgendein Hangmeer. Wenn man bekommt irgendwelche, ähm, Gülletechnik für Berge, irgendwelche, irgendwelche Bergtechnik hat. Ich kenn mich in, was Alpen- oder Berglandwirtschaft angeht, halt gar nicht aus. Ich weiß, dass die relativ kleines Zeug haben und Zeug für Hanglage. Und wenn ich an Berge denk, denk ich meistens auch direkt an Steier. Also ich, meine persönliche Vermutung ist, wir kriegen wieder ein paar neue Steier. Beziehungsweise wir bekommen generell neue Steier ins Spiel. Alles nur Vermutungen, na, und, äh, Spekulationen persönliche. Also ich würde mir Steier auf jeden Fall wünschen. Ansonsten, äh, gibt's ja zum Beispiel auch so ein, äh, ich weiß jetzt nicht, wie's heißt. Das ist so ähnlich wie dieser Ebi-Hangmeer, ähm, wo du hinterherläufst. Aber halt mit Mulcher, Wiesenschleppe, Striegel und so weiter und so fort. Das, äh, äh, keine Ahnung, was ich da, was da noch so kommt. Äh, das, aber ich denk, es wird so in die Richtung Alpin-DLC geben. Ich denk jetzt nicht, dass wir wieder dasselbe bekommen. Pöttinger, Regitrack und Lindner, sondern dass da, oder mal gucken, keine Ahnung, vielleicht hat er auch Lindner neues Zeug. Können wir nochmal schauen? Jetzt haben wir Steier geguckt, jetzt können wir bei Lindner nochmal schnell reinschauen. Ob Lindner, ah, jetzt hab ich irgendeinen anderen gegeben. Lindner, Lindner Traktoren. Gut, da gibt's eigentlich auch nichts Neues. Jetzt mal 20, 23. Da kommt immer dieser Kack-Polle, Digga, Alter, Lindner Traktoren. Wenn ich jetzt hier Lindner Traktoren 20, 23 hab, oh, ich hab's einfach falsch geschrieben, ups. Da kommt jetzt nichts, wir können das höchstens noch auf. Jetzt hab ich Steier auch falsch geschrieben, das ist auch super. Hm, da. 20, 23, neue Generation. Dass wir da in die Richtung irgendwas bekommen. Bin ich gespannt. Ähm. Schauen wir mal, ne. Also bergtechnisch spekulier ich auf Steier auf jeden Fall, dass wir die neuen Steier bekommen. Und dann halt irgendwelche Sachen, die man halt im Berg benutzt. Irgendwelche. Vielleicht dieses Ding, was ich euch gerade erzählt hab, dieser Hangmäher zum Hinterherlaufen mit Striegel und so weiter. Da gibt's auch so einen geilen Gülle, äh, Aufsatz mit Gülleverschlauchung und so eine Art Strahlrohr für die Gülle. Schauen wir mal, ne. Ich bin gespannt. Dann geht's weiter mit Bonos-Pack. Da kann man natürlich gar nichts dazu sagen. Ähm. Ich kann auch nichts dazu sagen. Bonos-Pack heißt irgendwas. Wir werden uns überraschen lassen. Dann gehen wir auch gleich weiter zu Pack 4, Equipment to Improve Protectivity. Also, Sachen, die deine Produktivität steigern oder erhöhen. Ähm. Da spekuliere ich eigentlich wieder auf sowas ähnliches wie das Kubota-Pack, Vermehr-Pack oder was wir da bis jetzt hatten. Also, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwas krasses, neues kommen wird. Sondern einfach wieder in Marken-DLC. Ah, ich wüsste jetzt nicht, was für eine Marke oder was unsere Produktivität krass steigern wird. Ich weiß gar nicht mehr. Wir können ja mal ganz kurz zum Season Pass, zum Alten gucken. Ach, das steht da gar nicht mehr. Weil da stand noch irgendwie mit, this will drive you crazy und so weiter. Und ich glaube, da stand auch irgendwas mit Machines, die deine Produktivität steigern oder so ähnlich. Ähm. Ich denke, dass das so in Richtung Kubota-Vermehr-Pack gehen wird. Mit einer anderen Marke logischerweise. Aber so in die Richtung würde es gehen. Vielleicht, vielleicht ja dieses Roland-Zeug. Da gibt es ja dieses Roland-Mod-Pack. Mit Kipper, Missstreuer, Ballenwagen und vor allem auch dem Rollox-System. Also sprich Hakenlift ist es. Vielleicht ja was in die Richtung. Keine Ahnung. Dieses Symbol sieht für mich aus. Auf jeden Fall ein Misthaufen und was da drin steckt. Keine Ahnung. Eine Schaufel, ein Gülle-Rührapparat, Gülle-Aufrühren. Ich weiß es nicht, aber Gülle-Aufrühren würde jetzt meine Produktivität gerade nicht steigern. Und Mist-Schaufeln auch nicht. Also ich vermute, dass es in Richtung Kubota-Vermehr-Pack geht. Also einfach ein Marken-DLC mit einer neuen Marke im Spiel. Keine Ahnung welche. Vielleicht Roland. Meine Spekulation ist einfach ein Roland-DLC. Mit vielleicht sogar einem Rollox-System, dass wir da wieder einen Hakenlift im Spiel haben. Das wäre halt richtig, richtig geil. Ich würde mich richtig freuen. Ich würde mich auch nochmal über IT-Runner freuen, wenn die das neue IT-Runner-System im Spiel bringen. Selbst wenn es nur das HD wäre, also das Zwei-Achser oder irgendein anderes Hakenlift-System. Ich weiß nicht, da gibt es zig verschiedene. Keine Ahnung. Genau. Soviel zu Pack 4. Und jetzt noch zu Big Expansion. Pack 5. Welcome to Explore a New Map with Existening Crops. Ich sage mal nur so viel. Karotten sind bestätigt. Das ist glaube ich schwer nicht zu erkennen oder keine Ahnung. Schwer zu übersehen. Dass wir Karotten ins Spiel bekommen. Karottenernte können wir mal kurz uns anschauen, was uns dann da für Maschinen erwarten. Vielleicht. Karottenernte. Da erwarten uns nämlich... Ich weiß nicht, ob es Karottenvollernte gibt. Aber... Oder warte, wir machen mal Karottenernte... Maschine. Okay, es gibt tatsächlich Karottenvollernte. Und die sehen auch irgendwie richtig brachial aus. Okay, man kann hier wieder super geil. Aber es gibt zum Beispiel so kleine geile Angebaute. Oder hier dieses riesige, wo die Dinge einfach dranhängen. Selbstfahrer, keine Ahnung. Sehe ich jetzt in dem Sinne eigentlich gar keine. Außer das Ding vielleicht. Was aber extrem ähnlich. Aber das ist was. Das sehe ich. Grimme ist ja eh schon Lizenzpartner. Ziemlich sicher. Dass wir sowas in die Richtung hier sehen werden. Auf jeden Fall. Und keine Ahnung. Grubes ist ja eigentlich die Mehrzahl, oder? Aber ich denke, vielleicht kriegen wir noch eine neue Frucht. Zwiebler vielleicht. Ich habe ja schon, bevor der Elisabeth noch nie rauskam, habe ich ja schon auf Zwiebeln spekuliert. Habe ich ja von Anfang an schon gedacht. Vielleicht kriegen wir jetzt Zwiebeln. Karotten und Zwiebeln. Vielleicht würden die Pferde mit Karotten gefüttert. Das heißt, wir hätten bei den Pferden noch eine Neuerung. Und wir werden natürlich wahrscheinlich auch die ein oder andere neue Marke noch mitbekommen. Und die ein oder andere neue Maschine vielleicht noch. Und von der Map, von dem Bild jetzt her, tippe ich auf irgendwas Mittel- bis Südeuropäisches, Süddeutsches Mittel. Ich weiß, es kann auch irgendwo am Arsch der Welt sein, wo irgendwelche Holzhütten stehen. Aber ich denke, irgendwas Mitteleuropäisches. Und wenn wir es auf Deutschland jetzt mal beziehen, irgendwas Mittel- bis Süddeutsches. Wenn wir es noch krasser machen, wenn wir es jetzt auf Bayern reduzieren, dann denke ich, es ist tatsächlich eher was Nord-Mittel-Bayerisches vielleicht. Oder ja, ich könnte ja mal was jetzt da, könnt ihr euch natürlich das Bild auch mal selbst aufrufen. Keine Ahnung. Aber es soll es gewesen sein zu dem Video. Wir haben ausführlich spekuliert, ausführlich erklärt, plus den Bonus vorgestellt. Jetzt liegt es an euch. Schreibt in den Kommentaren, was eure Wünsche und Spekulationen sind zu den 5 Packs. Und für alle, die das hier nicht bei Giants direkt kaufen, das Ganze gibt es natürlich auch auf Steam zum selben Preis und ebenfalls mit den Bonus-Inhalten. Also, gönnt euch. Und wie gesagt, ihr spart 30%, wenn ihr jetzt diesen Pass kauft. Und ich sage es dir, wenn nur eins von diesen 5 DLCs kacke ist, hat es sich gelohnt. Wenn nur eins gut ist von den 5 DLCs, hat es sich gelohnt. Weil ich würde eh alle kaufen. Und für 40 Euro, ihr spart 30%. Also, von daher, gönnt euch. Und ich würde es auch sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.